Ho 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 und herzlich willkommen zur 17. Folge von Minecraft Schnee. Heute zusammen mit Herr Dr. Fox. Hallo. Genau, wir sind jetzt endlich mal dabei, die sogenannte Eisenbahn in Angriff zu nehmen. Wir hatten ja vorher schon einen Schienenstrang platziert, um einfach zu markieren, dass hier später die Bahn rück soll. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir das mal umsetzen. Wir haben hier schon den Bahndamm soweit vorbereitet. Die Schienen kommen jetzt eine Ebene unter den Kirchplatz, damit das dann später auch hier mit dem Bahnsteig gut abschließt. Und Fox ist ja auch schon fleißig dabei, den weiteren Bahndamm vorzubereiten. Dafür habe ich auch schon reichlich Kies geholt. So, was wir vorhaben. Die Eisenbahn fährt hier einmal so komplett gerade durchs Dorf durch. Hier kommt dann irgendwo der Bahnhof hin. Also die kommt sozusagen von hier oben. Dann überqueren wir hier diesen, ja, was auch immer das ist, Flusskanal mit einer Brücke. Die muss jetzt nicht unbedingt hoch sein, die kann auf Schienebene sein, weil da fahren eh keine Schiffe durch. Dann eben hier rüber. Dann hier am Berg entlang. Hier einmal um die Felsnase des hohen Kreuzes drumherum. Dann sind wir also in dem Bereich steigen wir auch schon an mit der Strecke. Wir queren dann auf einer sehr hohen und gar nicht aufwendigen Brücke hier einmal das Kiesachtal. Kommen dann hier an, auf der Talseite. Da bauen wir dann so einen Zwischenbahnhof rein. Von wo aus man dann in die Richtung mit der Bergstrecke weiterfahren kann zum großen Kieselstein. Bauen wir dann so eine Bergbahn, Zahnradbahn, wie auch immer. Und in die Richtung wieder runter in den Fuchswald. Dann hier hoch und hier zur Bayer Iwa. Genau. Die Schienenstrecke geht dann im weiteren Verlauf einmal so um den See rum. Darum kümmern wir uns dann aber, wenn es so weit ist. Genau, also den Bahndamm bauen wir aus einer Mischung aus Kies und Schnee. Schnee nehmen wir hier oben als Grundlage, damit die Schienen auch schön verschneit aussehen. Sonst würde das etwas unrealistisch wirken in einem Projekt, dessen Name aus dem weißen Zeug hier besteht. Ich denke an, dass wir dann einen Eingang zum Portal kommen. Und dann leichte Lärmbelästigung, und zwar wenn man in den Leather will. Ohne heiße Angebe. So, wir bauen hier einfach mal einen mehr oder weniger provisorischen Eingang aus Korbel und Sprouse-Rootplanks. So, wunderbar. Genau, falls ihr euch wundert, warum immer zwischendrin Schneeblöcke statt Kiesblöcken spawnen, das liegt an den guten alten Serverlicks, weil der Server nicht rechtzeitig registriert, dass ich da Schnee abbaue. Und, falls ihr euch fragt, was diese weißen Dinger auf den Schienen sind, ich weiß es auch nicht. Geht mit F3 und F6 weg. Ich versuche mit F6. Ah, ja. F6 funktioniert. Können wir jetzt schauen, wo der Bahnhof hinkommt. Den Kirchplatz will ich da ungern zu sehr einschränken. Und die Frage ist halt auch, ob wir den zweigleisig bauen, den Bahnhof. Nö, eigentlich hat sich reicht. Naja, ich meine, erweitern können wir den Bahnhof dann immer noch. Dann muss dieser Baum leider ahne Leift werden. Genau, wie der hier. Das war aber eigentlich mit dem anderen Ende. Wir haben jetzt nur in die eigene Richtung geplant. An dem Ende, meinst du? Ja. Da ist halt das... Das ist sehr steil. Da müssen wir halt... Tunnel. Natürlich auch erstmal eine Brücke drüber, dann direkt in den Tunnel rein. Diese Halbwinsel hier unterqueren, aber im Tunnel eine Linkskurve. Das wir dann schön am Ufer abschließen. Am weiteren... Seeufer. So, wir können schon mal den Bahnsteig... Errichten. Den machen wir natürlich erstmal aus ganz normalen Stonebricks. So, Hockerbotsch. Und wieder ein ziemlich hohes Dach. Ja, das ist höher als das Dach der Kirche. Also, wir können es auch wieder etwas runterdrücken. Ja, wir landen einfach dein schweres Luftschiff oben und dann drückst du es zusammen. Bisschen Boden verdichten. Das ist halt eine geheime Regel auf dem Server. Das höchste Dach gewinnt. Ich muss mal überlegen, wie breit wir den Bahnsteig machen. Eins, zwei, drei. Dann... Hier, die können wir uns eigentlich sparen. Aber vielleicht sogar noch keine Stonebricks mehr. Weil dann hier das Bahnhofsgebäude hinkommt. Fox, was könnten wir denn als Boden im Bahnhofsgebäude verwenden? Hast du irgendwelche Ideen? Ähm... Was haben wir hier? Betron? Nee. Wir könnten Mushroom nehmen. Und wachsen. Oder wir könnten auch Terracotta nehmen. Den können wir kaufen. Oder wenn jemand Granit mit einem Hammer haut, mehrmals, dann kriegen wir roten Sand. Wir könnten dann Sandstein machen. Ja, dann würde ich es aber eher aus hellem Sandstein machen, als aus dunklem. Äh, aus rotem. Wir könnten auch Quarz nehmen. Aber wie zu hell vielleicht. Aber eine Mischung aus Quarz und Sandstein. Könntest du nicht ganz gut machen. Ah, schöne Idee. Ja, du kennst es mal wissen. Ab. Nicht, dass unsere schönen Mitbürger auf die Schieden fallen. Das wäre nicht gut, ja. Aber vielleicht... Ich habe jetzt noch einen Cleanstone-Block, um das zu demonstrieren. Aber könnte man hier... ...die unteren Blöcke hier alle noch durch Cleanstone oder so ersetzen. Ach ja, ja. Sieht dann, glaube ich, besser aus. Schon wieder Schneefall. Ist das wie in Minecraft Schnee oder was? Man könnte es fast meinen, ja. Sogar ein Gewitter. Noch keinen Blitz gehört. Hm? Noch keinen Blitz gehört. Ich gerade eben. Anscheinend ist das nicht synchron bei der Surroundings-Mod oder... Ich denke mal, das ist die... Ich glaube, ich probiere mal die Sprouse-Glas-Doors aus. Ich glaube, für die braucht man ein Glas. Aber Glas hätte ich ihm gerade mitbringen können. Lass mal hier die Fenster. Ah. Merci. 60 Jahre, das reicht auf jeden Fall, denke ich mal. So, dann probieren wir die doch mal aus. Wie waren die? Dann hier... Sprouse-Glas-Door. Ich glaube, für den Bahnhof ganz passend. Dann bräuchten wir eventuell noch Türen fürs Oberbeschoss. Aber da kümmern wir uns dann... rum, wenn es soweit ist. Was auch immer wir dann da ins Oberbeschoss reinpacken. Vielleicht so ein kleines Bahnbüro oder so. Ja, wir bauen uns da mal den Stock-It-Fans. Ich weiß nicht genau, wie viele wir davon brauchen. Genau, dann machen wir die hier immer... so hin. Schon wieder ein Nacht. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, hier ist es doppelt so lange Nacht wie Tag. Wir sind ziemlich weit im Norden, glaube ich, oder im Süden. Ja, eins von beiden. Sache ist, im Norden der Map haben wir Eisbären, im Süden Pinguine. Das heißt, eigentlich sind wir beides. Und von der Landschaft her habe ich mich ja eher an den Alpen inspirieren lassen, als ich die Map designt habe. Ah, also sind wir da alles. Alles dabei. Genau. So, und dann würde ich auch sagen, war es das auch. mit dieser Folge von Minecraft Schnee. Ich würde sagen, den Rest vom Bahnhof, beziehungsweise die ganzen Details, machen wir dann in der nächsten Folge. Oder ich mache das alles offscreen. Das überlege ich mir noch. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Schnee wieder. Ciao, servus. Usch. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020